Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu der Rift Breaker. So, wir sind alle dabei hier noch etwas rumzubasteln am Außenposten, weil wir ja mehr Kobold benutzen. Wir haben auch keine AI-Cores mehr. Leider ist von Kobold kein Morphium in der Nähe, das würde das Ganze deutlich vereinfachen. Da können wir da die Verteidigung dran knöpfen und auch die Stromproduktion. Naja, wollten wir eben ganz viel mehr hier haben. Gerade Raketenwerfer wären hier sehr gut. Jetzt kommen die 60 und die... A new technology has been developed. New blueprints are available for crafting. Wieder Verstorben. Okay. 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 Gehen wir damit. Torr. Das war mal ein Klingel. So... Wow! Warum schießt ich gleich auf die? Das sind doch in Ruhe! Increase in Windspeak! Mach es so! Marketen? Oh, jetzt ist der Verkürzung. Ach so, da liegt doch ein Verkürzung. Wir haben halt hier mehr Wind als sonst schon da. Gut. Solche Fälle, für den Fall, das sind doch sowieso... ...Ausfeindsäuge. So... ...Alle neue Technologie hat sich entwickelt. Neue Blueprints sind für kraftvoll. Research completed! So... Das brauchen wir auf jeden Fall bald! So... Oh, 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 oh. Man, 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 man... Genau, wir haben einen Scanner da her. Sehen wir, sie sind dagegen ab und zu wartet. Oh, 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 oh. Whoa! No! Oh! So! Okay. Das hier holen. Oh! Oh! Okay. Das hier holen. Oh! Oh! Hoppla. Ja, da geht's natürlich auch nicht direkt dort spawnen. poderanker ... ... ... ... Aber sie haben sie ein Miner aber die auch noch drauf schauen. ... Kobayt! Yay! Wollen wir was zu passieren? Vor allem, dass es noch mehr ist. Vielleicht wird es zu verfertigen vermutlich. Wollen wir das? Wind speed projection is returning back to statistically normal values. Wind turbines are back at nominal power levels. Und wieder falsch gebaut. Jesus. So. 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 Irgendwo war es... Können wir hier eigentlich irgendwas reinbauen? Nö, wir können die Tür auch nicht bauen. Also können wir auch die Strecke hier nicht entfernen. Den brauchen wir hier nicht. Nein, endlich gehalten euch! Ja, ja, die sollen ja kommen. Kein Problem. Wir haben hier noch ein Portal hin, dass wir hier leicht zurückkommen. Die Strecke hier ist in der neuen Strecke. 5-6-7-7-7-8-7-8. Ach, ich bin hier nicht gekommen. Das ist so schwierig mit der Verteidigung, oh ja. Hier sind wir verarmert, brauchen wir hier auch noch eine Railgun. Und bei der Skönnen. Ok, live Tekken. Woa. Die neue Technologie wurde entwickelt. Neue Blueprints sind für kraftvoll. Die Rotors kommen hier auch. Hier Penner. Was hat die Zeit? Ok, wo haben wir noch? Ja, das hatten wir geschafft. Wo schauen wir die eigentlich aus? Tansanit. Ok, das war auch noch immer nix. Tansanit. Tansanit. Gut, gehen wir mal hier zur Hasenit-Konzentration. Da waren wir ja scheinbar noch nicht. Ok, gehen wir erstmal hier ins Tansanit und schauen, ob wir das jetzt fertig machen können hier. Wir sehen ja, das ist ja noch immer nicht abgeschlossen, offiziell. Und wir sehen nicht, wie viel wir da bekommen. Und vielleicht können wir das noch richten. Vor allem gibt es ja auch potenziell Upgrades. Ich fang da schon gut an. Wir kommen hinterher und es wird gleich mal alles ausgescheit. Ich fang da schon mal. Zurück zu normalen. Glückwunsch, dass das nicht lange dauert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay. Was hätten wir mal? Was sind wir hier mal? Boah. Die sind hier alle gemacht. Die sind hier alle gemacht. Das ist mehr Energie. Mehr Energie können wir immer brauchen. Was? Habe ich genügend Wasser, ist denn nicht das? Jetzt können wir uns doch im Porten nehmen, was sie hat. Und ich kann hier upgraden und dann gibt es auch gleich mehr Wasser. Stelle die Energieversorgung, ich werde immer noch holen. Ich denke mal die Energieversorgung ist sichergestellt. Was wollen wir noch mit Energie sicherstellen? Wir haben hier sehr wenig Windkraft. So was sie erwarten? Wir haben eine gewisse Menge Akkus bauen oder was? Ich weiß nicht, was hier das Ziel sein soll. Was können wir noch machen? Dann können wir theoretisch noch mehr bauen, wenn wir nicht so viel haben. Wir haben hier noch eine neue Technologie entwickelt. Neue Blueprints sind für die Krafzene. Wasser haben wir mehr als genug. Die genug Schlamm zugeführt. Da ist eine Dense-Dust-Storm visible auf dem Horizont. Die Dust-Storm ist jetzt an der Peak. Wir müssen das nachdenken. Die Dete von mir geht es erstmal weiter. Wow, da ist es natürlich nicht mehr drin. Woh, jetzt sind viele gerne drin. Wir haben hier noch einen Feststoffspeicher hin. Wir haben hier Platz. Das soll ich benutzen. Was? Not enough Carbonium So, also Energie sollten wir genügend haben scheinbar. 120 macht so einer, wow. Sollen wir noch mehr Akkus spawnen oder wie? Sollen wir wiedersehen? Stopp, I can see everything again. Let's hope this doesn't happen again too soon. Selbst in der Nacht haben wir jetzt genügend Energie. Also, keine Ahnung was wir noch machen sollen. Das ist jetzt, wir verbrauchen momentan scheinbar mehr als wir herstellen. Wir können ja noch mehr von denen hier bauen. Das ist kein Problem. So, jetzt haben wir fast genug, es wird sogar mehr. A new technology has been developed. New blueprints are available for crafting. Okay. Party ist auch schon wieder zu Ende. Freunde, ich bedanke mich für's Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. ... ... ... ... ...